Hey! Langsam. Langsam. Geh weg! Lass mich zufrieden, wer immer du bist. Verschwinde! Beruhige dich. Es ist vorbei. Ja, alles vorbei. Alles hoffnungslos. Das vergesse ich nie. Ich suche einen Mann namens Hendrik. Er soll in diesem Dorf leben. Ja, das hat er jetzt nicht mehr. Sie haben ihn in dieser Hütte erwischt. Wenn du seine Schreie gehört hättest, gehört hättest, wie ein Mann schreien kann, wie er leiden kann. Erzähl mir, was passiert ist. Jedes Detail. Sie haben sie alle erwischt. Die Sonne ging unter. Und die Dämmerung färbte sich blutrot. Ich dachte nur, seltsam. Die Kröten haben aufgehört zu quaken. Sie sind in der Tür. Sie hat einfach... Sie sind nicht... Sie sind nicht mehr in der Tür. Sie sind nicht mehr in der Tür. Sie sind nicht mehr in der Tür. Ich weiß nicht, was geschehen ist. Nur Schrecken über allem. Hendrik schrie. Dann flehte er. Am Ende hörte ich nur noch stöhnen. Schrecken! Verdammt! Die Geister waren hier nur kurz. Dennoch hat Frost das Dorf umhüllt wie im Herzen des Winters. Warst du in der Hütte, als sie fortritten? Nein. Da setze ich keinen Fuß rein. Nie! Lebe wohl. Finde deinen Frieden. Ich bin der Frieden. Jaja. Wenn ihr Spider seid, ist der Mann im Herzen. Wissen Sie. Untertitelung des ZDF, 2020 Er wurde gefoltert. Vielleicht haben sie etwas übersehen. Mal seine Taschen durchsuchen. Ganz steif, als hätte sie jemand im Winter zum Trocknen rausgehängt. Vielleicht ist etwas in seiner Jacke. Verdammt, er ist kalt wie Eis. Nichts hier. Mal in die Stiefel schauen. Geronnenes Blut. Ein Schlüssel versteckt in seinem Stiefel. Muss zu einem Schlüsselloch passen. Hoffentlich ganz in der Nähe. Ein Luftzug. Da muss ein Spalt unter den Trümmern sein. Ich sollte wohl etwas aufräumen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ein Bestandsbuch. Bezahlung für einen Getreidesack, fälliger Betrag für eine Ladung Holzkohle. Hendrik tarnte sich als Händler. Was ist das? Notizen zwischen den Einträgen. Schlau. Interessante Überschriften. Vermisst und gesucht. Subjekt in Skellige und auch in Novikrat gesichtet. Aussehen unverändert. Arschgraues Haar. Gesicht mit Narbe. Meidet den Kontakt mit anderen. Betrunkenes Schwein. Der sogenannte Baron brachte das Subjekt in seiner Burg unter. Oder besser, in seiner widerrechtlich besetzten Festung. Grund unbekannt. Sprich mit dem Baron in Crenfels. Kampf mit einer Hexe. Das Subjekt landete im Sumpf und trat einer Hexe entgegen. Es kam zum Streit. Ursache unbekannt. Finde die Hexe. Rede mit den Bauern in Mittelhain. Vorsicht ist angebracht. Ich werde beobachtet von wem und warum auch immer. Verstörende Hinweise. Der Hund ist weggelaufen. Wasser im Eimer ist festgefroren. Seltsames Glühen am Himmel beobachtet. Schlechtes Omen, sagen die Bauern. Sie haben mitbekommen, dass Hendrik nach Ciri sucht. Darum die Folter. Ich bin zu spät. Mein einziger Hinweis. Der Baron. Und eine Hexe. Verdammt. Laufs Plätze. Oh, das gefällt dir. Los, meine Lieben. An die Arbeit. Los, meine Lieben. An die Arbeit. Laufs Plätze. Komm schon, Plötze! Heia! Das hält er nicht durch! Jetzt! Das hält er nicht durch! Die Stöhne kommt gut! Die Stöhne kommt wieder! Die Stöhne kommt wieder! Die Stöhne ist schmerzen! Tor, du hast uns, bitte. Halt! Ist der Baron zu Hause? Geht dich nichts an. Ich muss ihn sprechen. Öffnet das Tor. Niemals. Wir haben gehört, was am Scheideweg passiert ist. So einen lassen wir hier nicht rein. Ich muss einen anderen Weg finden. Ich sollte mich unter den Dörflern umsehen. Vielleicht hat ja einer den Mom mir zu helfen. Was sagt man dazu? Nur ein müder, alter Mann rennt nicht voller Furcht weg, wenn er mich sieht. Grüß dich. Grüße zurück. Die anderen Dorfbewohner sind abgehauen, als sie mich sahen. Nur du nicht. Ich bin zu alt zum Rennen. Was könntest du mir auch anhaben? Mich töten? Mach ruhig. Ich lebe eh nicht mehr lange. Mir das Fell abziehen geht nicht. Meine Haut ist zu spröde. Lebst du schon lange hier? Seit meiner Geburt. Müssen jetzt schon über 70 Winter sein. Kennst die Gegend bestimmt ganz gut. Kann man sagen. Hör zu. Ich muss in diese Festung kommen. Gibt es auch einen Weg, der nicht durch das Haupttor führt? Ja, aber nur wenige kennen ihn. Wenn du, sagen wir, einem bescheidenen Mann ein bescheidenes Angebot machen würdest, könnte ich dir den Weg zeigen. Gut, ich habe auch keine Lust auf einen Streit mit den Wachen. Vor vielen Jahren, als der alte Herr noch Krähenfeld regierte, verschwand der Sohn des Schmieds. Das ganze Dorf hat nach ihm gesucht. Man hat ihn schließlich im Fluss gefunden. Ertrunken. Tragisch. Aber warum sollte mir das weiterhelfen? Einige Tage später fand eine alte Dienerin des Herrn die Mütze des Jungen in der Nähe des Burgbrunnens. Entweder verlor er sie dort, oder er fiel in den Brunnen. Kluger Mann. Wo die Leiche des Jungen gefunden wurde, haben die Dorfbewohner einen Schrein errichtet. Nordwestlich von hier. Bestimmt findest du da irgendwo einen Durchgang. Wo genau ist der Schrein? Folge dem Weg, der durch das Dorf führt, bis zur Brücke. Dann gehst du rechts und immer geradeaus bis zur Kreuzung. Biege dort wieder rechts ab und folge dem Pfad den Hügel hinauf. Der Schrein steht dort oben. Hinter der Brücke rechts, dann wieder rechts. Das finde ich. Danke. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017